In diesem Video geht es um die besten Airtrack-Matten bzw. die besten aufblasbaren Turnmatten. Wir werden uns drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen, so damit ihr ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt. Wir werden euch die wichtigsten Infos zu allen Matten geben. Wenn ihr euch nach dem Video noch genauer zu den Modellen informieren oder euren Favoriten auch gleich bestellen wollt, schaut gerne mal über die Links in der Videobeschreibung vorbei. Diese findet ihr unter diesem Video verlinkt. Jetzt lasst uns gleich mit dem ersten Modell der Einsteigerklasse starten. Das günstigste Modell ist hier unter anderem die aufblasbare Airtrack-Matte von Champion Plus. Das Modell ist in vier verschiedenen Längen, angefangen von drei, vier, fünf bis hin zu sechs Meter erhältlich, auch in sieben verschiedenen Farbvarianten und immer aber nur mit zehn Zentimeter Dicke. Die Matte überzeugt durch ein Anti-Rutsch-Design, welches ein perfektes Üben und Tonen sowie auch sämtliche Fitness- und Yoga-Übungen erlaubt. Das Modell bleibt bei der Berührung sanft und ist dennoch außergewöhnlich stabil. Die Matte ist sowohl für erfahrene Toner als auch für Anfänger geeignet. Das Modell ist leicht und tragbar und kann, wie gesagt, sowohl in Größe als auch Farbe an die eigenen Anforderungen angepasst werden. Leider ist sie nicht in größeren Versionen als der 6-Meter-Version erhältlich, auch nur in der 10 Zentimeter Breite. Dafür kann das Modell durch ein simples und funktionales Design überzeugen, eine hochwertig und sehr stabile Materialverarbeitung und einen noch recht fairen Preis. Kein Wunder, dass es sich bei der Champion Plus um eines der beliebtesten Modelle auf dem aktuellen Markt handelt. Alles weitere zum Modell über den ersten Link in der Beschreibung. Ähnlich beliebt ist das Modell der nächsten Preis- und Leistungsklasse, die Airtrack-Matte von FB Sport. Das FB Sport Modell ist angefangen schon von 2 Meter Länge bis hin zu 6 Meter erhältlich. Vor allem ist das Modell auch in verschiedenen Breiten einer 10- und 20-Zentimeter-Version zu haben, wodurch man hier in der 20-Zentimeter-Version noch wesentlich mehr Polsterung und Sicherung erhalten kann. Das bietet unterschiedliche Möglichkeiten beim Trainieren und Tonen und macht das Modell selbst für die härtesten Einsätze geeignet. Erhältlich ist das Modell in über 10 verschiedenen Farbvarianten, sodass man es auch optisch ganz genau an den eigenen Geschmack anpassen kann. In der Bedienung ist das Modell durch das spezielle Luftventil in Windeseile aufgepustet und die Luft ist auch wieder nach der Benutzung schnell rausgelassen. Über die Händel an der Seite kann man die Matte sehr einfach transportieren und an den gewünschten Ort bringen. Uns beeindruckt an der FB Sport Airtrack-Matte vor allem, dass sie so robust verarbeitet und vor allem in unterschiedlichen verschiedenen Größen, dicken und vor allem auch Farbvarianten erhältlich ist. Und zudem handelt es sich auch um eines der absolut günstigsten Modelle auf dem Markt. Und wenn das genau das Richtige für euch zu sein scheint, dann könnt ihr euch jetzt gerne mal über den zweiten Link in der Videobeschreibung genauer zur FB Sport Airtrack-Matte informieren. Oder bleibt doch gerne noch dran, um als drittes und letztes das absolute Premium-Modell im Vergleich kennenzulernen. Es handelt sich um die Airtrack-Matte von Nordic Carbon. Das Nordic Carbon-Modell kommt mit 1,50 Meter Breite, 15 Zentimeter standardmäßiger Dicke und vielen unterschiedlichen Größenvarianten. Angefangen von 3 Meter ist das Modell sogar in einer sehr großen 8 Meter Variante erhältlich und überzeugt dabei stets durch wie gesagt die 1,50 Meter Breite und 15 Zentimeter Dicke, die in jeder Ausführung dabei sind. Im Lieferumfang enthalten ist auch hier eine kleine Pumpe, womit man das Modell in Windeseile aufblasen kann. In der Tasche ist das Modell einfach zu verstauen und sollte diese stabile Matte doch einmal einen Schaden haben, gibt es auch ein Flickenset im Lieferumfang dabei. Das Material an sich ist sehr wasserdicht, kältebeständig und UV-beständig, bleibt dadurch sehr langlebig und ist auch für härteste Einsätze geeignet. Es gibt sogar eine 2-Jahres-Garantie vom Hersteller auf diese Luftgymnastik-Matte, aber wenn man den unzähligen Kundenmeinungen glauben kann, dann braucht man diese Garantie nicht, denn es handelt sich bei dieser Airtrack-Matte um ein Modell mit herausragender Verarbeitung und sehr, sehr starker Robustheit. Und darauf kommt es unserer Meinung nach auch bei einer viel beanspruchten, aufblasbaren Gymnastik-Matte an. Wenn ihr ein Modell mit vor allem herausragender Verarbeitung, extra Breite und auch Dicke haben wolltet, dann schaut euch gerne mal beim Airtrack Nordic Carbon um. Alles Weitere über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr etwas runter scrollt, könnt ihr hier zwischen 5 unterschiedlichen Größen und 3 verschiedenen Farbvarianten auswählen.